Herr, Herr, seit wann sind wir da nackisch? Was, wir sind nackisch? Ha! Ja, seit wann sind wir da nackisch? Fug mich nicht. Jedenfalls müssen wir uns erst die tappische, erst müssen wir uns ausgezogen haben, bevor wir uns die tappische Dinge da angelegt haben. Äh, hä? Hä, wo erwischst denn du das? Na, überleg mal. Mensch, andersrum wär's ein bisschen schwierig, oder nicht? Ja, Mann, mein Gott. Ich glaub, du hast recht, aber... Verstehe du ich das nicht? Genau. Wie ich eben aufgewacht bin, weißt du, lieber, man gelegt in Handschellen. Was ist mit der Seychellen? Wir wachen auf der Seychellen? Ja. In Handschellen. Mann. Ach, mein Gott, ich kapier das nicht. Mein Kopf ist wie leer. Wie hat uns denn das bloß passieren können? Mensch, du... Mensch, du... Mensch, du mir hennen? Ja? Was? Ob mir hennen? Hoffentlich nicht. Ich glaub mal, es kann doch immer schlimmer kommen. Noch schlimmer? Schlimmer, als mit dir in einem Bett zu lecker und Handschellen gefesseln und dann noch nackisch? Ich glaub's kaum. Finsch? Äh, wie sonst auch. Wo ist er dann, hä? Wer ist denn das? Meine Mama? Oh, du isst ja meine kleine Knutschgucken. Ach, die. Mach, die. Ach, mein Stingerbär. Wieso bist denn du da? Na, was für eine Frucht, hä? Na, ich muss doch noch mein Stingerbär gucken, wenn deine Frau nicht daheim ist, hä? Äh... Ja, mein kleiner Stingerbär, wieso liegst du da? Ja, weil ich, äh... Weil, weil du krank bist. Ja. Ach, meine kleine Knutschkugel, hm, ich war krank. Ja, warum rufst du mich da nicht an? Genau das ist der Weg. Ach, mein kleiner Stingerbär, hm, ach, du weißt doch, dass dein Mama immer für ihren kleinen Stingerbär tun ist, gell? Ja, was hat denn meine kleine Knutschkugel? Ja, was hat denn meine kleine Knutschkugel? Na, was denn, mein Lieber? Fieber. Ja, Fieber, ach... Ja, und dann liegst du da so mit freiem Oberkörper drunter, ne? Oh, weil ich so häss bin. Was? Ich schwitze. Ich hab Fieber. Fieber. Ja, wo ist dann das Fieberthermometer? Geh mal her, zeig mal. Ach Gott, ja, du bist schon ganz häss, hm? Ja. Ja, hast du dann schon etwas allgenommen, hm? Mutti, das ist gerade auch schlecht. Da und? Ist nichts da. Im Haus. Ist nichts da. Oh, und noch so etwas? Na, dann werd ich aber mal schnell in die Apotheke gehen und etwas holen, hm? Ja, das ist eine gute Idee, Mutti. Ja, aber erst zieh ich dir mal die Belsiertel an. Na, Mutti. Weil du könntest ja noch verkälten, gell? Aber Mutti. Nichts, aber es wird doch angezogen. Ich hab jetzt auch noch mit dem Ärmchen, gell? Und dann so in den Sonnenärmchen. Oh, das ist krass, gell? Und jetzt auch noch der Schal. Aber Mutti, bitte. Sag nicht. Bitte, Mutti. Mutti, wie heiß ich, mein Kleine Knutschkugel? Und mein Liebietutimutti. So ist es nicht. Und dein Liebietutimutti geht jetzt und holt für ihren Kleinen Stinkbeermedizin, gell? Ach, aber ich muss mich beeilen. Nee! Mutti, du brauchst dich nicht zu beeilen. Oh, ich jetzt hat... Lass dir Zeit. Ach, jetzt stell dich doch nicht zu euch. Ich bin jetzt gleich wieder da, gell? Ja, also ich komm gleich wieder, mein Kleinen Stinkbeer, gell? Ja, also ich hab ihn noch mit. Oh, ich hab ihn noch mit. Oh, ich hab ihn noch mit. Ich hab ihn noch mit. Vielen Dank.